In der Mitte können Sie noch scharf stellen, sehen Sie wohl. Wir fahren jetzt verzögert los, zack. Also fahr jetzt hier schon richtig hergeklang. Jetzt müssen wir runtergucken. Also eigentlich muss man zweimal fahren. Jetzt machen wir durch den Bahnhof durch, da hört man einfach die Frauen schreien. Das ist das Schloss von Schlossburg. Jetzt ist der Ausdruck bei Beinen auf. Nein, bei mir läuft es doch. Ich fahr jetzt schön das Treppenhaus runter. Ich wollte mal oben und über den Teppchen fahren. Das ist der Ausdruck bei Beinen. Das ist der Ausdruck bei Beinen. Das ist der Ausdruck bei Beinen.